Nimm die Last von meinen Schultern Schlaub mir, was ich nehmen kann Opa ist nicht umsonst so viel Kilometer Weg gegangen Angst nur für Rodeo und der Grund, warum wir Mercedes fahren Ist, dass wir den weiten Weg hier mit nem Esel kamen Kutschki, Haram, weil wir mit Uzi's ballern Treffen die Kugeln, Salam, so wie die Shoots von Haram Ich komm mit Kusangs um die Ecke, die sind klasse der Fahrern Du bist kein Raucher, Masana, du seid wie Chuck Matlase Und auf der Suche nach Bella, Ficke, ich rapp seine Mutter Hier sucht ein Gangster, in mir sehen sie einen Echten wie Kutscher Ich komm mit Kusangs und Onkels, du kommst mit Aule und Polen Ich tanze zu Davon und Surna, du tanzt zu Drag wie ne Hure Ey, Nasa Simpera, was ist mit Rap? Ich hab Hasse auf die Pissa, alles mal zwei sammeln Spenden auf TikTok Schnapp dir ein Mic, fick die weg, wir rappen mit Fock Mein Handy klingelt, nass ist im Brat Knast ist der Ausweg, weil der Staat uns verhindert Haschplatten abpacken, macht uns behindert Wie ein Mohandistapel, Tasch in die Villa Mein Handy klingelt, nass ist im Brat Knast ist der Ausweg, weil der Staat uns verhindert Haschplatten abpacken, macht uns behindert Wie ein Mohandistapel, Tasch in die Villa Ich bin so Kro, klatsch, mein Tespi auf deinen Stirn Ich bin so Kro, lass deine Mutter für mich stören Ich bin so Kro, ich hab Gel in mein Schnurrbart Ich bin so Kro, ich trag Gold auf meinem Brusthahn Kappe tief, Gucci, Lugo, Königskette, Datejust Ich fick Rap, seine Mutter am Trikot von Lakers Fußball, Lions, Vater, Schüsse fallen im Kaffee Du wirst von Arab angekauft, so wie im Babi Z, Baba Kapitän, willst du was hören? Das ist nicht TikTok, doch ich schick dir paar Löwinnen Die, die dein Gold nehmen, groß mit Goldzähnen Pressen wie Zitronen, wenn sie Erfolg sehen Ey, Nas ist im Brat, was ist mit Rap? Ich hab Hass auf die Pisser Alles mal zwei, sammeln Spenden auf TikTok Schnapp dir ein Mic, fick die weg, wir rappen mit vor Mein Handy klingelt, Nas ist im Brat Knast ist der Ausweg, weil der Staat uns verhindert Haschplatten abpacken, macht uns behindert Wie ein Mohandistapel, Tasch in die Villa Mein Handy klingelt, Nas ist im Brat Knast ist der Ausweg, weil der Staat uns verhindert Haschplatten abpacken, macht uns behindert Wie ein Mohandistapel, Tasch in die Villa Wie ein Mohandistapel, Tasch in die Villa